Hallo meine Freunde, guten Abend und willkommen zu einer kleinen Testaufnahme zu Call of Duty Black Ops 2 in Multiplayer. Ähm, ich habe hoffentlich das Problem mit dem scheiß Aufnahmeprogramm endlich gelöst. Auf alle Fälle sind die Datenraten definitiv weniger. Ich hoffe einfach, dass das jetzt funktioniert in irgendeiner scheiß Art und Weise. Man. Ich hoffe, dass ich dann bald wieder mit dem Let's Play anfangen kann, wie dem auch sei. Das ist halt nur eine kleine Testaufnahme, die geht jetzt so ein paar, vier, fünf Folgen lang. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das sogar noch öfters, dass ich einfach mal so eine Art Let's Talk mache. Das ist jetzt ungefähr so ein, wie soll ich sagen, Let's, äh, Let's Aggressionstraining, so sag ich mal. Gleich zu Anfang, äh, ich habe, ich tue das jetzt mal so ein bisschen veröffentlichen, um einfach zu sagen, ja, das für meine Pro-Gaming-Stilt gilt, ja, äh, die gibt's nur bei mir. Ist auch so. Äh, ja. Ja, ich bin ein absoluter Noob in diesem Spiel, sag ich ganz ehrlich. Es gibt Passagen, wo ich dann sage, yeah, du Motherfucker, jetzt habe ich dich aber richtig am Arsch gepackt. Aber es gibt auch Momente, wo ich dann sage, ich töte mich. Es gibt sowas. Wir fangen ganz normal an mit dem Team Deathmatch. Und gucken mal, wo wir dann sind. Es ist übrigens Nachmittag, da sind die meisten noch nicht ganz so gut. Von den Maps gefällt mir, möchte ich sagen, gar keine. Es gibt nur eine Map, wo ich relativ gut bin, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich kenne die Maps sowieso nicht. Ich weiß einfach nur, so sieht es aus und da weiß ich auch, aha, jetzt weiß ich auch, wo das ist. Ganz einfach. Ja, komm, Leute. Das ist das Blöde, wenn man halt im Multiplayer ist. Der andere will, der andere will halt nicht. Auf Level 36 bin ich im Moment, wie man sieht. Und es wird noch eine ganze Weile dauern. Ja! Die Map mag ich. Warum auch immer, ich mag sie einfach. Ich hätte nochmal die Steuerung nochmal anpassen müssen. Fuck! Das kann ich ja nochmal machen. Tut, 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 tut. Hmm. Ah. Ähm, okay, 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 okay. So. So, dann machen wir mal. So, dann machen wir mal Söldner. Ja, 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 ja. Da geht schon die Post ab auf meinem linken Ohr. Gehen wir mal hin. Ah, da liegt er. Wir verlieren diesen Kampf. Wir haben doch gerade angefangen erst. Okay, das ist der Lubach. Hier geht irgendwo die Post ab, aber ich weiß nicht wo. Nein. 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 Scheiße. Ah, es lief so gut. Fürs Erste natürlich. Na. Schade. Jetzt kill me when I'm a fuck. Shit. Also man sieht wieder die Community. Hier ist wieder sehr gut drauf. Ehrenlose Bastarde. Chill deine Mutter. Ja, wie gesagt. Ah. Nerv. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Achtung. Feindliche Vorräte unterwegs. Du, 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 du. Brauche ich denn jetzt so Mario-Musik? Feindlicher Orbital-Satellit online. Wie Orbital-Satellit willst du? Ah, das ist eine Drohne. Achtung. Feindliche Fernlenkladung entdeckt. Och, ne. Fernlenkladung mag ich überhaupt nicht. Die kann man von so weit weg steuern. Hallo? Ich hör keinen. Hallo? Maus? Da. Du, 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 du. Oh. Der liegt schon. Das waren doch nicht alle, oder? Waren das alle? Tatsächlich. Hab dich gesehen. Scheiße. Hat überhaupt nichts gebracht, aber egal. Hallo? Ist hier jemand? Halt, da hab ich... Ne, hab ich nicht. Gut. Lauf doch. Hallo? Hallo? Ich hab gehört, hier gibt's Schnäppchen. Oh, gemein, 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 gemein. Oh, ich hab den voll kastriert gerade. Das macht man eigentlich nicht, aber es funktioniert. Scheiße, Alter, das war so schwul von mir. Wie hart ich... Warum hab ich da hingeschossen? Alter, der arme Typ. Hä? Wat? Alter. Alter. Drei Leute auf einmal. Ist der... Na? Warum dunke ich mich nicht? Warum? Ah, töten. Oh, jetzt hör weg. Oh. Okay. Ah! Hahaha. Geil. Weitschuss. Yay. Na! Nein, die Steuerung. Ich Idiot. Ich hab da auf der mittleren Maustaste das Messer. Ne. Hab ich die Granate. Scheiße. Ha! Ne. Nein. Schlecht. Schlecht. So fucking schlecht. Na, das... Du schon wieder. Du Hurensohn. Du dreckiges Bastardkind. Wo bist du? Der will... Der will... Alter. Jetzt reicht's. Dreimal hintereinander. Dieses Bastardkind. Unglaublich. Wo ist er? Alter, was ist denn auf einmal los? Wie schlecht ist das denn bitte? Auf, konzentrier dich. Mann. Geht ja gar nicht. Ah, Niederlag. Ah, zum Glück war ich nicht der letzte Abschuss. Das hat unserem Ruf geschadet. Ah! Das war nur ein Glückstreffer. Ja, wenigstens sind wir nicht die schlechtesten. Ha! Zing! Gott, war das schlecht. So fucking schlecht. Yay, Vordergriff. Hurra. So, nochmal raus aus der Lobby. Äh... Nein. Ja. So. Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Da hab ich, äh... Granate. Granate. Äh, da. Geh. Hm. Fragen wir dem auf R. Achso, Waffe nach. Dann haben wir R. Hm, wo mach ich denn? Messer. Wo ist das Messer? Na, Kampf. So. Dürf vielleicht besser jetzt gehen. So, da ist die Granate. Gut. Klasseneditor. Gucken wir nochmal. Das bringt mir überhaupt nichts. Mach das weg. Leichtgewicht kann auch weg. So. Hm, Sekundärwaffe, Primärwaffe. In den anderen Aufsatz. Wunderbar. Vordergriff, mehr Präzision. Nimm wir mit. Mal schauen, ob wir da irgendwie was ausrichten können. So, Standard. Machen wir mal Multiteam. Drei Teams mit jeweils drei Spielern. Kämpfung, eine Kontrolle. Hm. Nein. Machen wir das alte Team Deathmatch ganz normal. Aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Die vielleicht übermorgen oder so rauskommt. Und ich weiß noch nicht, wie ich das rendere. Oh, ich glaube, ich nehme die Karte. Yay. Na, dann bis später. Tschüss. Hey ho und willkommen zurück nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für Profit LP, also für mich. Du kannst jetzt auf meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Kritik und so eine ganze Bullshit. Oder auf Facebook würde ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google Plus. Aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freue mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen. Wenn du und auch andere Leute meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.